In dieser Nacht bekomme ich nicht ein Auge zu. Ich sitze noch lange mit Payne am Feuer und obwohl wir nicht ein Wort miteinander sprechen, bin ich dennoch unendlich froh, sie bei mir zu wissen. Nach und nach gehen die Dorfbewohner in ihre Hütten und legen sich schlafen. Es wird immer stiller um uns herum. Erst jetzt wird mir klar, dass einige von den Dorfbewohnern unseren Streit mit angesehen haben mussten. Oder sie müssen ihn immerhin gehört haben. Eigenartig, ich hatte mich so sehr auf meinen Streit mit Riku konzentriert, dass ich dabei meine Umgebung vollends vergessen hatte. Unser Streit würde in den kommenden Tagen sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich habe das Gefühl, als wäre nicht fünf Stunden vergangen, die ich dort bereits schweigend mit Payne an meiner Seite sitze, sondern nur fünf Minuten. Ich starre die ganze Zeit ununterbrochen vor mich hin. Starre auf einen Punkt inmitten des Lagerfeuers. Betrachte einen einzelnen großen Holzscheit, der mit der Zeit immer kleiner wird und schließlich zerfällt. Betrachte dann den Holzscheit direkt dahinter, bis auch dieser zerfällt. Und dann folgt der Holzscheit direkt neben diesem. Es ist wie ein nicht enden wollender Kreislauf. Aus meinem eigenartigen, fast Trance-ähnlichen Zustand erwache ich erst, als ich realisiere, dass das Holz gar nicht mehr brennt und das ganze Holz abgebrannt ist. Nur noch eine kleine Rauchfahne hängt über dem Feuer. Es kommt mir vor, als würde ich mich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit bewegen, als ich mich drehen möchte, um nach Payne zu sehen. Dabei merke ich, dass jemand mir eine Decke um die Schultern gelegt haben musste. Payne liegt direkt hinter mir auf dem kalten Boden und schläft tief und fest. Auch über sie musste jemand eine Decke gelegt haben. Bestimmt hatte sie selbst für uns beide irgendwann im Laufe der Nacht Decken geholt. Ich sehe sie ein wenig entgeistert an. Hat sie wirklich die ganzen Stunden hier mit mir gesessen? Ich schaue in den Himmel hinauf und erkenne, dass es immer noch Nacht ist. In dem Moment hatte ich keine Ahnung, ob ich überhaupt noch etwas fühlte. Ob ich überhaupt noch existierte. Mir war nicht kalt. Ich hatte keine Gänsehaut. Ich spürte keine Müdigkeit. Ich spürte nichts. Noch nicht einmal Hunger. Selbst meine Gedanken schienen gestoppt zu haben. Ich fühlte mich auf irgendeine merkwürdige Weise leer. Befreit von meinen eigenen trüben Gedanken, aber trotzdem leer. Ich ziehe meine Hände aus der Decke hervor, besehe sie mir im Detail. Ich zittere. Ob von Kälte oder etwas anderem. Keine Ahnung. Als ich mich schließlich zurück in die Decke verstecke, beginne ich auf meiner Lippe rumzubeißen. Es dauert nicht lange und ich fühle tatsächlich Schmerz. Ich schmecke das Blut unweigerlich. Hm. So wie es aussieht, lebe ich tatsächlich noch. Auch wenn sich alles an mir und in mir wie der Tod anfühlt. Letzten Endes bleibe ich dort noch eine Weile sitzen. Es dauert nicht lange, bis langsam die ersten Sonnenstrahlen die Nacht erhellen. Mir kommt schlagartig der Gedanke, dass es nicht lange dauern wird, bis die ersten Dorfbewohner wach werden und nach draußen und damit auch vielleicht zu mir treten werden. Doch im Moment fühle ich mich absolut nicht in der Lage, Gespräche mit irgendjemandem zu führen, selbst wenn es Lulu oder Walker sein sollten. Meine Tränen sind zwar versiegt, meine Gedanken spielen kein Karussell mehr, sodass ich an den Sinn meiner bloßen Existenz zweifle. Ich kann wieder klar denken, aber dennoch will ich weder über die Dinge reden, die gestern geschehen sind, noch über die Worte, die gestern gesprochen wurden. Ich weiß ja, dass immerhin Pay noch auf meiner Seite ist und mir helfen will. Sie ist eine wahre Freundin. Nicht jeder hätte sich stundenlang neben einen Freund gesetzt, der kein einziges Wort mit ihm spricht, nur um ihn wie trotzdem für ihn da sein zu können. Ich bin wirklich dankbar, dass sie mich letzte Nacht nicht allein gelassen hat. Doch jetzt, genau jetzt, brauche ich trotzdem ein paar Minuten für mich allein. Nicht unbedingt, um nachzudenken. Seit dem gestrigen Streit scheint mein Kopf gar nicht mehr über irgendetwas besonders Emotionales nachzudenken. Aber vielleicht will ich nur allein sein, um wieder zu mir selbst finden zu können. Um wieder ein Bewusstsein zu entwickeln und nicht länger das Gefühl zu haben, mich wie ein lebender Zombie zu verhalten. Ohne ein besonderes Ziel vor den Augen zu haben, stehe ich schlagartig auf und laufe los. Ich laufe lange. Sehr lange. Interessanterweise betrachte ich plötzlich rund um Bissei Dinge, für die ich irgendwie nie Augen gehabt hatte. Siehe Vögel aus ihren Vogelnässern aufwachen und davonfliegen, um Futter für sich und ihre Jungen zu suchen. Erkenne Tiere, die sich in Büschen verstecken, sobald sie hören, dass ich ihnen zu nahe komme. Achte Uhr plötzlich auf Blumen in meiner unmittelbaren Umgebung. Eigenartig. Dass immer besonders schlimme Dinge im Leben eines einzelnen Menschen passieren müssen, bevor dieser merkt, wie viel Glück er hat, überhaupt am Leben zu sein. Wenn einem so etwas bewusst wird, ist man überglücklich über die scheinbar unwichtigsten und unnötigsten Dinge, die es gibt. Wenig später ertappe ich mich dabei, wie ich mich hinknie, um eine einzelne rote Blume zu betrachten und zu berühren. Erst als zufälligerweise eine Biene herbeifliegt, um den süßen Nektar der Blume zu stehlen, stehe ich auf und laufe weiter. Schließlich bin ich so weit gelaufen, wie es für Bissei möglich ist. Ich stehe direkt vor dem Strand. Es gibt fast keinen Wellengang, die See ist unglaublich ruhig. Als meine Gedanken urplötzlich beginnen, in Erinnerungen abzudriften, schüttelte ich schlagartig den Kopf. Nein, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr weinen, mich selbst vor meinen Gedanken und Erinnerungen auffressen lassen. Wenn ich einen Neuanfang für mein Leben haben will, muss ich auch irgendwie und irgendwann damit anfangen. Warum also nicht jetzt? Ich laufe ein Stück weiter auf das Meer zu, betrete den Anlegesteg, an dem sich so wie meistens auch nun kein Schiff befindet, und setze mich auf dessen Ende hin. Ich ziehe die Knie ein, lege meine Hände um die Beine und betrachte das Meer. Es gibt einfach nichts Schöneres, als den Wellengang zu betrachten. Das Meer hatte mich schon immer fasziniert, und so würde es auch immer bleiben. Die Sonne ist schon ein ganzes Stück am Horizont weitergewandert, als ich hinter mir Schritte vernehme. Ich rechne mit Pain, doch wie sich herausstellt, ist es jemand ganz anderes. Juna, bitte erschreck dich nicht, ich bin's nur. Die Stimme dieses Mannes kommt mir eigenartig bekannt vor, aber ich kann sie keinem zuordnen. Als mir bewusst wird, wer das nur sein kann, drehe ich mich verwundert zu ihm um. Tatsächlich, dort steht Ezreal. Der Mann, den ich gestern kennengelernt habe, und bei dem ich gedacht habe, dass ich ihn wahrscheinlich nicht noch einmal wieder treffen würde. Er steht dort, sieht mich an, wartet scheinbar darauf, dass ich ihm erlaube, sich neben mich setzen zu dürfen. Ich starre ihn eine Weile an, bin völlig verwundert, dass er mich hier überhaupt gefunden hat. Eigentlich wollte ich ja mit niemandem reden, aber bei ihm habe ich nach wie vor das Gefühl, ihm alles erzählen zu können. Ihm alles anvertrauen zu können, als wären wir alte Freunde aus Kindertagen. Ich denke nicht weiter nach und nicke nur. Während er sich neben mich setzt, betrachtet er mich ununterbrochen. Ich sehe ihn nicht direkt an, nur aus den Augenwinkeln erkenne ich, dass er sich scheinbar Sorgen um mich macht. Er ist nicht so super gut gelaunt und optimistisch wie gestern, als ich ihn kennengelernt habe, und er lächelt auch nicht. Meine Augen richten sich wieder aufs Meer. Ich habe ihm nichts zu sagen, aber gleichzeitig nervt mich seine Anwesenheit nicht. Es tut mir schrecklich leid. Nun bin ich vollends verwirrt. Ich drehe mich zu ihm um und sehe ihn in die Augen. Was zum Geier sollte ihm denn leid tun? Als er meinen verwirrten Blick sieht, versteht er. Ich weiß es. Alles. Die Geschichte mit Sin, mit Tidus, alles was geschehen ist. Auch dass du dich entschieden hast, ihn aufzugeben und den Streit mit Riku. Deine Freundin Payne hat mir alles erzählt. Aber wie kam es denn dazu? Frage ich und merke, dass mein Mund unglaublich trocken ist. Ich habe seit Stunden kein einziges Wort mehr gesagt und plötzlich verspüre ich wieder Durst. Esriel seufzt. Wie soll ich bloß anfangen? Ich sehe ihn aufmerksam an und warte darauf, dass er beginnt zu erzählen. Esriel kommt dem nach einem kurzen Augenblick nach. Er seufzt noch einmal kurz, fährt sich wie so oft mit der rechten Hand durch seine langen Haare und erzählt. Gestern, nachdem wir beide auf der Mierenstraße getrennte Wege gegangen sind, bin ich einigen alltäglichen Angelegenheiten nachgegangen. Habe eingekauft, ein wenig gekocht in meiner Wohnung, allgemein den Haushalt gemacht. Aber um ehrlich zu sein, fand ich unsere gemeinsame Begegnung wirklich einzigartig und alles andere als alltäglich. Um ehrlich zu sein, ich wollte mehr über dich erfahren. Esriel macht bei seiner Erzählung eine kleine Pause und mir fällt unweigerlich auf, dass sein Gesicht plötzlich eine rötliche Farbe annimmt. Ich kann nicht anders als leise in mich hineinzukichern. Ich sehe von ihm weg und erneut aufs Meer, weil ich glaube, diesen peinlichen Moment für ihn auf diese Weise etwas weniger schlimm machen zu können. Also, ich meine nicht, du weißt schon, nicht, weil ich mich in dich verguckt habe oder ähnliches. Ich war nur etwas neugierig, das bin ich schon immer gewesen, sogar als Kind. Naja, immerhin lief ich dann etwas in der Stadt umher. Luca, meine ich. Meine kleine, aber ausreichende Wohnung befindet sich dort. Ich bin zum Glück immer eine sehr extrovertierte Person gewesen und hatte somit keine Scheu, jemanden anzusprechen. Kaum hatte ich meine Wohnung verlassen, lief ich auf die erste Person zu, die ich vor mir sah, eine Frau mit ihrem Kind. Ich fing ein Gespräch mit der Frau an und begann sie zu fragen, ob sie eine gewisse Juna kennen würde, die braune, kurze Haare und verschiedenfarbige Augen hat. Sie hat mich nur völlig entgeistert angesehen und gesagt, es gäbe niemanden in Spira, der nicht Lady Juna kennen würde. Sie fragte mich, warum ich überhaupt so blöd fragen würde, ob ich denn vorhätte, sie auf den Arm zu nehmen. Sie ließ mich ohne ein weiteres Wort stehen und lief mit ihrem Kind davon. Bei den Namen Lady Juna wurde ich hellhörig und gleichzeitig war ich verwirrt. Ich begann weiter herum zu fragen und irgendwann nahm sich tatsächlich jemand die Zeit, mir die ganze Geschichte mit Sinn zu erklären, dass du eine Medium gewesen bist und Spira gerettet hast. Ich war ehrlich gesagt ein wenig geschockt. Mit diesem Satz endete er plötzlich und ich sehe ihm in die Augen. Er sieht mit Absicht weg und scheint etwas gekränkt zu sein. Ich hatte die ganze Zeit mit dem Rücken zu ihm gesessen, doch nun drehe ich mich um, um ihm in die Augen sehen zu können. Ich weiß, ich hätte dir vielleicht von Anfang an erzählen sollen, wer ich bin, aber was soll ich sagen, du, als du mich dort auf der Mierenstraße in der Nähe des Reisebedarfs angesprochen hast, ging es mir wirklich nicht sehr besonders. Ich wollte eigentlich allein sein und hatte nicht die Lust, mich gerade darauf einzulassen, einem Fremden meine Lebensgeschichte zu erzählen. Es tut mir leid. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich sehr gewundert habe, dass du mich nicht kennst. Alle kennen mich in Spira, wegen dem, was ich getan habe. Schlagartig sieht er mich wieder an und lächelt ein wenig. Wie war das nochmal? Eigentlich wollte ich doch im Moment mit niemandem reden, aber ich hatte unweigerlich das Gefühl, mich vor ihm entschuldigen zu müssen. Und plötzlich will ich wieder reden, aber interessanterweise nur mit ihm. Bevor ich weiter über diese komische Tatsache nachdenken kann, erzählt Ezreal weiter. Nun, jedenfalls bekam ich dann auch die Information, dass du dich wohl hauptsächlich in Besaid aufhältst und dass dort wohl auch einige deiner Freunde wohnen. Ich verspürte plötzlich das Verlangen, dich noch einmal zu treffen. Nur um zu wissen, dass es dir besser geht und dass du dich von dem erholt hast, was dir so sehr zu schaffen gemacht und dich zum Weinen gebracht hat. Während Ezreal dies sagt, sieht er mir in die Augen. Er ist auf irgendeine Weise wohl ebenso wie ich. Er hat auch Interesse daran, zu wissen, dass es all seinen Freunden gut geht. Und selbst wenn es nur Bekannte sind. Er will auch immer die Gewissheit haben, dass bei allen seinen Bekannten alles in Ordnung ist. Selbst wenn dies bedeuten sollte, viele, viele Meter laufen zu müssen, nur um sich dessen zu vergewissern. Fühle ich mich ihm deshalb so nah? So verbunden? Das, das war wirklich sehr nett von dir. Kann ich nur kurz herausbringen, bevor ich den Blick senke und zu Boden sehe. Kurz darauf spüre ich eine seiner Hände auf meiner Schulter. Als ich aufsehe, lächelt er mich an. Ich lächle kurz zurück, um ihm zu zeigen, dass alles in Ordnung ist. Bevor ich etwas sagen kann, erzählt er die Geschichte zu Ende. Es war schon sehr spät und dunkel, als ich dann letzten Endes in BeSaid ankam. Eigenartig war es schon, ich musste dich gar nicht suchen. Ich konnte dich direkt sehen, du saßt am Feuer zusammen mit deiner Freundin Payne. Erst dachte ich, ihr sitzt nur ganz normal da und würdet euch unterhalten. Doch dann sah ich erst, dass du völlig blass warst, ein tränenverschmiertes Gesicht hattest, nur auf einen Punkt im Feuer saßt und fast schon bewusstlos schienst. Als ich deine Freundin darauf ansprach, was denn mit dir los sei, sagte sie vorerst nur, das ginge mich gar nichts an. Sie schien aber zu merken, dass ich mir Sorgen um dich machte und fragte mich direkt, ob ich Ezreal hieße. Als ich dies bejahte, erwiderte sie nur, sie wüsste schon, wer ich sei, du hättest ihr schon von mir erzählt. Schließlich sagte sie, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie mir wirklich die ganze Geschichte mit dir erzählen dürfe. Doch sie war sich sicher, dass du mir das Ganze ohnehin irgendwann erzählen würdest. Daraufhin erzählte sie mir dann alles. Es dauerte sehr lange, bis sie zu Ende erzählt hatte. Aber ich hatte schließlich endlich das Gefühl, alles zu verstehen. Vor allen Dingen endlich zu verstehen, weshalb du dermaßen unglücklich bist. Und, naja, der Rest ist dir ja bekannt. Zu Beginn war ich etwas verdutzt. Ich musste letzte Nacht derart in meiner Trauer versunken und abgedriftet worden sein, dass ich seine gesamte Anwesenheit in den letzten Stunden gar nicht bemerkt habe. Ich habe nicht einmal gewusst, dass so etwas überhaupt möglich ist. Gut, die letzten Stunden kommen mir wirklich sehr schwammig vor. Und wenn ich darüber nachdenke, kann ich mich auch an nichts anderes als an das Feuer erinnern, das ich betrachtet habe. Aber dass mein Zustand wirklich so schlimm gewesen ist, das schockt mich eigenartigerweise sogar selbst. Eine Weile sitzen wir nun dort und schweigen uns an, während ich versuche, mich an etwas Konkretes aus der vergangenen Nacht zu erinnern. Schließlich wird mir schlagartig etwas bewusst. Die Decken? Das warst du! Rufe ich plötzlich aus und erschrecke ihn damit. Er fängt sich jedoch schnell wieder und nickt. Richtig. Nachdem Payne eingeschlafen war, habe ich zwei der Engen aus seiner umstehenden Hütte geklaut und euch damit zugedeckt. Zwar werden die rechtmäßigen Eigentümer sie inzwischen vielleicht schon vermissen, aber wir geben sie ihnen ja ganz bestimmt wieder. Unweigerlich und ohne weiter darüber nachzudenken, muss ich plötzlich lächeln. Das ist sehr lieb von ihm gewesen, ohne Frage. Dann bin ich irgendwann aufgestanden, um Frühstück zu machen. Ich wusste zwar nicht, ob du etwas essen würdest, aber Payne ja auf alle Fälle. Als ich dann wiederkam, sah ich nur, dass du weg warst und lief deinen Spuren im Sand hinterher. War zwar nicht einfach, aber ich habe dich trotzdem gefunden. Plötzlich legte sich eine Hand unters Kinn und macht einen nachdenklichen Gesichtsausdruck. Hm, wer weiß. Vielleicht sollte ich mich eigenständig machen und Detektiv werden. Nach dieser Bemerkung muss ich kurz kichern. Wie verdammt schaffte er das nur? Vor einigen Stunden habe ich mich in einem eigenartigen Trance-Zustand befunden und jetzt kann ich fast schon wieder lachen. Ich mag es lieber, wenn du lachst. Ich sehe Esriel an und lächle ein wenig. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, was ich sagen soll. Esriel lächelt zurück und er streichelt mir ein wenig über den Rücken. Geht es dir denn jetzt etwas besser? Ein wenig, erwidere ich. Auf die Trauer bezogen geht es mir zwar besser, doch gleichzeitig bin ich verwirrter als vorher. Verwirrt von meinen eigenen Gefühlen. Ich fühle mich gut. Und zwar nicht super gut, aber auf jeden Fall besser als vorhin, als er noch nicht neben mir gesessen hat. Und gerade das verwirrt mich. Was ist das hier? Beginnt hier irgendetwas zwischen uns? Oder denke ich einfach schon wieder zu weit? Ich schüttelte den Kopf und lächle ihn weiterhin an. Es geht mir schon besser. Und das ist genau das, was ich hatte erreichen wollen. Den Anfang hatte ich hiermit geschafft. Wie? War doch egal. Ich habe es geschafft. Und das sollte ich jetzt erst einmal auskosten. Und vor allen Dingen sollte ich aufhören, über alles nachzudenken. Es real? Sage ich schließlich. Und er nimmt schlagartig seine Hand von meinem Rücken hinunter. Er rückt ein wenig von mir weg. Oh, tut mir leid. Soll ich lieber gehen? Willst du allein sein? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich wollte nur sagen, danke. Er nickt und sieht mich aber dennoch ein wenig unsicher an. Ich nehme einer seiner Hände in die Main und drücke sie nur kurz. Und bitte, bleib hier.